Schickt jetzt die Flammensucher rein. Die Flammensucher? Warte mal, ich kann auch Flammen suchen. Oh, guck mal hier. Das ist ja so ein Granatwerfer. Ich weiß gar nicht, wo die sind, Alter. Ich schieße hier einfach mal. Also da sehe ich, kommt doch irgendwas, aber ich sehe keinen. Zweite Nacht. Wir müssen das Tal von ihm säubern. Nutzt den Schutz der Dunkelheit und zerstört die Relaisstation. Wir hören und gehorchen. Die Abweiße von dich gehört zur Relaisstation. So, los geht's. Los geht's. So, verteidige die Relaisstation. Ich mache das am besten mit dem hier. Wir greifen die Station von Westen aus an. Naja, greif mal an hier. Von Westen, wo ist denn Westen, Alter? Wir leeren euch jetzt dem Einbringling, Meister. Exzellent. Exzellent. Party time. Exzellent. Ich müsste mal kurz wissen, wo die sind. Ach, die rennen ins Minenfeld rein, die Idioten. Guck mal. So, kommt nur. Durchbrech die Barrikaden. Ruf. Check. Check. Nichts leichter als das. Steck die Barrikaden in Brand. Schick jetzt die Flammensucher rein. Die Flammensucher. Warte mal, ich kann auch Flammen suchen. Oh, guck mal hier. Das ist ja ein... Das ist ja so ein... Granatwerfer. Ich weiß gar nicht, wo die sind, Alter. Ich schieße hier einfach mal. Also da sehe ich... Kommt noch irgendwas, aber ich sehe keinen. Da kommt noch einer. Ja. So, Angriff 2. Süden. Also wenn hier Westen ist, ist da Süden. Von der Seite kommen sie. Haben wir ja auch wieder so ein geiles... So ein geiles Geschützding. Wo ist denn hier Norden markiert? Das sehe ich nicht. Also ich sehe da kein N auf der Map. Oder ist das dieser Stern? Dann ist es der Stern, oder? Ach so. Ja. Okay. Hä? Haben die nicht gesagt, die kommen aus Norden? Äh, aus Süden? Norden, Süden, Westen, Osten. Ah ja. Okay. Okay. Man kennt's. Mit Lust. Was machen die denn da für einen Stunt, Alter? Und welche Hunde? Könnt's sagen, was da wollt. Aber das Granatding ist echt das beste. Null. Achtung an den Verteidigungsposten. Wir greifen die Station von Norden aus an. So, Norden. Norden ist diese Seite. Aber hier ist keine Waffe, ne? Oder ist hier auch noch irgendwo eine Waffe? Ich habe keine gesehen. Gut, dass ich das noch aufgerüstet habe, das ganze Zeug. Weil die haben dann keine große Chance. Alter, was ist denn da hochgegangen? Warte mal. Ja, ist ja gut. Warte mal. Hier ist ja noch einer. Schick jetzt die Flammensucher rein. Jetzt kommen sie von da oben. Also sie versuchen es auf jeden Fall von da oben. Weil so einfach mache ich es denen nicht. Nimm doch mal die Munition. Sind sie schon da? Da ist einer. Wo seid ihr? Das ist echt das beste Teil. Sprengladung an. Was ist denn Sprengladung? So. Sprengladung. Gibt es keine Sprengladung. So, zweite Nachtmission beendet. Nice. Also. Musik. 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 Musik.